herzlich willkommen zurück zu minecraft jawohl ich habe jetzt gerade mal ein gutes stündchen oder so pause gemacht ja deswegen weiß ich nicht mehr genau wo wir in welche richtung wir hin wollten aber das ist ja auch egal denn wir hier das ding und das erforschen wir erforschen wir indem wir hier mal hochspringen mal gucken da so was für eine fackel nehme ich auf jeden fall mit ketten was ist das hier nämlich mit wenn ihr sieht irgendwie cool aus alles klar so nehme ich mal alles mit hier aber das kann doch nicht alles gewesen sein oder eine schaufel aber das hier wirklich schon alles grünschiefe wow okay naja anscheinend was seid denn ihr dark wood pose nimm ich mit nimm ich mit es sieht irgendwie gut aus das ist gothic das ist gothic aber mit der gitarre was auch immer das hier war oder ist es ist auf jeden fall und es war interessant dann gucken wir hier mal weiter vielleicht findet man hier noch was tolles zum beispiel bären nahrung ist immer gut wenn wir welche finden ich will nicht hier wieder irgendwie vergiftet werden und ich hätte jetzt gedacht dass hier irgendwie vielleicht auch ausläufe von irgendeinem dorf werden wenn hier schon sowas ist gibt es hier in dieser mod keine dörfer okay bloß ein baumstamm so naja äh gehen wir mal hier weiter querfeld ein am tag kann uns ja nichts passieren wir haben einen sattel oder bei uns in der bude wir müssten den sattel eigentlich haben werden wir uns ja auch ne alles ah dachte es wäre jetzt ein baumhaus alt das sieht hier so nice aus wir haben ja vor ein paar folgen gesehen dass es hier auch haie gibt jetzt stelle ich mir die frage leggy leg legs ja renn da du mal die welt damit stelle ich mir halt die frage ob es auch andere kreaturen gibt weil ich glaube diese globs das waren keine normalen schleimviecher die waren auch neu die folge werden wir jetzt hier einfach mal weiter erkunden und ab der nächsten folge werden wir dann zurück gehen aber in den anderen weg also wir werden jetzt garantiert noch zwei folgen unterwegs sein loch loch Wir bräuchten mal wieder was zum Fudern. Krass. Äh. Oder? Oder? Ja? Schön. Haben wir nichts mehr. Hm. Hm? Oh. Ein Crash. Bam bam. Bam bam bam. Moment. Gleich. 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 Gleich haben wir es wieder. Bam bam bam. Bam bam bam. Gleich seht ihr wieder was. Yay. 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 Ich lasse jetzt einfach mal ganz kurz den schwarzen Bild. Na. Jetzt. Müsstet ihr eigentlich wieder was sehen? Ja. Hallo. Guten Tag. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder abschmiert. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Ansonsten bin ich wirklich hier. Dann wird es eine sehr kurze Folge. Mhm. Da. Er sucht. Er sucht. Aber warum? Mehrspieler-Modus. Irgendwie stimmt er nicht. Jetzt. Oh. Hier sind wir wieder. Ich wollte dich eigentlich angucken. Textil-Garden. Alter. Ja, das ist das Problem. Ähm. Das hatte ich auch ganz oft im. Ähm. Kreativ-Modus. Ähm. Dass wenn ich zu schnell fliege. und die Welt nachlädt. Er dann ab und zu mal so ein Ero drin hat. So. Was ist denn das? Ah. Berg. Kühnchen. Ich hab mir auch fix einen Ofen bauen. Das mache ich jetzt auch. Ups. Hallo? So. Plopp. So. Brauche ich nicht. Die Bäder nehme ich mit. Ähm. Ja. Wenn das nächstes Mal dann die Nahrung aus ist. Bauen wir uns einen Ofen. Tja. Ähm. Genau in dieser Richtung. Dann gehen wir jetzt weiter in diese Richtung. Um sozusagen einfach mal. Zum kreisen. Denn. Ich hab mir schon wieder so einen Teil gefunden. Klops. Klops. Diesmal mit Truhe. Alter. Köder 3. Haltbarkeit 3. Wot the fuck. Okay. Moment. Rein. Rein. Mal ganz kurz. Du nicht. Die Angel. Packen wir mal alles hier rein. So. Das lassen wir hier draußen. Ho. Frank da unter Wasser ab. Und glitzernde Melone. Hm. 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 Tja. Hm. Nice. Wird es denn schon wieder dunkel? Wie ist das? Wieder wie es hier leuchtet. Was ist hier unten? Irgendwas mit Lava. Lava, Lava. Ähm. Ja. Die Fische roh zu essen. Das ist ein bisschen blöd, oder? Na gut. Sushi. Wir werden jetzt hier einfach mal ganz kurz zum Berg laufen. So. Hier hoch. Oh, Mist. So. Hopps. So. Dann planten wir hier mal geschwind über uns. Äh. Du kommst mit. Dich brauche ich. Über uns. Die hier. Ja. Hier den. Ähm. Dann gib mir mal das. Ja. Rein. Eichenholz. Rein. Jawohl. Und jetzt die Bretter hier rein. Ja. Machen wir uns hier mal ganz... Da ist eine Hexe. Ja. Ist eine Hexe. Guckt uns an. Tinten Fisch. Ups. Wow. Wow. Bringt das viel. Tun wir mal alle Fische hier rein. Die zwei unter... Sollten wir mal angeln? Dich werden wir niemals fressen. Äh. Hm. Kann man sich verbrennen? Jawohl. 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 So. Und brabt man die noch. Hier kann man auch irgendwie durchgucken. Ja. Moment. Hier unten. Seht ihr das? Hier kann man überall durch die Welt durchgucken. Ach. Okay. Nee. Plops. Okay. Wir gehen weiter. Ihr seht's. Wieder recht wenig. Aber. Nichts aber. Ihr seht einfach momentan gerade wenig. Könnt euch hier wieder die Fackel geben. Dann gibt's ein bisschen Licht. Für die Umgebung. Wir probieren jetzt den Spawn ein klein wenig zu umkreisen. Ups. Ähm. Wenn wir jetzt Richtung Spawn gehen würden, dann würden wir wirklich beim Berg rauskommen. Und hier gibt's aber noch die Menge. Was sind denn das? Mangroven? Oder? Guck mal. Hier sind ganz viele Fische drin. Woll. Was seid ihr? Weidenholz. Ja. Wir sind hier. Ach Gott. Das sind tatsächlich Mangroven. Ähm. Äh. Äh. Nö. Moment. Das haben wir ja schon mal gemacht. Hopp. Hopp. Äh. 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 Jetzt geht's kaputt. Halt. Moment. Lassen wir den Schweiß mit dem Boot. Auch wenn hier Wasser ist. Hier drüben leuchtet was. Auf geht's. Hopps. Aber. Schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendetwas gefunden. Hopps. Ja. So. Ja. Was ist da los? Na. Uhrzeit 18 Minuten. Ganz viele Enten. So. Ah. Da drüben war was. Ja. So. Einfach mal abstecken hier. So. Hier kann ich einfach so ernten. Ups. Ne. Was hab ich jetzt mit den Äpfeln gemacht? Au. 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 Wo? Hier. Was willst du? Was willst du? Ich hab mir die Äpfel. Gib mir die Äpfel. Gib mir Äpfel. So. Was? Äpfel? Was wächst am besten im Plain Forest? Ach egal. So. Wir killen die Spinne hier noch. Zuppen. Geil. So. Okay. Und es wird wieder hell. Und dann sehen wir uns. In der nächsten. Lass mich hier durch. Lass mich durch hier. So. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Also Leute. Ciao. Tschüss.